Hallo! So, wir sind jetzt von Brooklyn weggefahren hierher, zwei Autos nach Gladstone zum Hafen. Von dort aus fahren wir mit einer Fähre zwei Stunden lang auf eine Insel, die Euron Island. Dort werden wir den Tag verbringen, schildkröten beim nächsten Zuschauen am Abend, hoffentlich. Ja, und morgen fahren wir wieder zurück. Musik Ich bin hierher nach Hiron Island. Nachdem ich meinen Zeitvertreib im Handgebäck habe, welches wir checken haben müssen, nutze ich jetzt die Zeit, um mich zu bedanken bei meinem Vorgesetzten, der mich im Vorhof Urlaub genehmigt hat. Ich möchte mich bedanken bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die mich sehr viel vertreten in der Arbeit. Und auch bei Oma und Opa, die auf die Jungs schauen. Dankeschön! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.